Herzlich Willkommen liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern bei Xtrain24 ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ja Zubehör ist wiederum mein Stichwort heute, denn heute habe ich wieder etwas aus dem Zubehörprogramm mitgebracht. Es ist eine Neuheit aus dem Jahre 2023, kommt aus dem Hause Pico und ist für Sie bestimmt, liebe Modellbahner, der Spur der Mitte. Also die TT-Bahner. Es ist die angekündigte Kurzkupplung. Ja und die habe ich mir mal vorgenommen und möchte sie Ihnen präsentieren. Fangen wir mal im Urschleim an. Wie sieht es also aus, wenn wir also Wagen kaufen? Dann sind diese großen Bügelkupplungen dran, dann werden die Wagen gekoppelt und Sie sehen auch hier schon den Abstand dazwischen. Das ist also gar nicht vorbildgerecht, sieht auch nicht gut aus. Ja und diese neue Kurzkupplung von Pico mit der Artikelnummer 46042 soll also Abhilfe schaffen. Und ob sie das kann, werden wir gleich sehen. Übrigens der Preis ist 10,99 Euro. Es sind acht Kupplungen drin, also für vier Wagen und das nenne ich auch mal einen fairen Preis. So nun schauen wir uns mal an, was mit dieser Kurzkupplung ist. Wenn Sie die Tüte aufmachen, sind zwei Teile drin. Das heißt also der Kupplungsgrundkörper und auch der Kupplungshaken. So ein ganz dünn gestanztes Teil aus Blech. Den müssen Sie oben in den Schlitz einführen. Sie sehen das jetzt auch in dem Bild sinngemäß. Und dann müssen Sie nur noch die beiden den Haken und die Kupplung festhalten und können dann die Kupplung in die vorgesehene Aufnahme des Wagens drücken. Und damit ist die ganze Kunst und Herrlichkeit schon getan und ihre Kurzkupplung am Wagen. So, das habe ich schon mal für Sie gemacht. Ich trenne jetzt die beiden Wagen mal an den Enden. Ich zeige es gern noch mal, diese etwas klobigen, großen Bügelkupplung. Ja, und hier hinten sind bereits schon die neue Kurzkupplung angebracht. Und Sie sehen das auch noch mal, ich hoffe, Sie sehen das auch richtig gut, diese angedeutete Luftschlauche. Wenn ich da dagegen bewege, bewegt sich auch der Kupplungshaken nach oben. Und das Gleiche ist beim Gegenwagen ebenfalls dran. Das heißt also beim Kuppeln haken beide Haken in der Kupplung gegeneinander ein und bilden somit eine feste Verbindung. Ich habe es getestet, also über Zickzackfahrten, über Weichenstraßen. Es ist kein Wagen verloren gegangen, wie sonst manchmal bei den Bügelkupplungen so passiert. Ja, so wie sieht das nun aus? Ich habe mal den alten Abstand. Ich mache es gern noch mal dran. Muss ich einfach machen, weil es ist wirklich herrlich zu sehen. Dieser Abstand hier sind satte fünf Millimeter, das heißt also knapp sechs. Dieser Abstand ist natürlich zu groß und auch nicht vorbildgerecht. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was die neue Kurzkupplung eigentlich kann. Auch hier ein Wagen mit einer Kurzkupplung dran. So, die Wagen kuppeln sehr leicht miteinander. Ich zeige, ich demonstriere Ihnen das jetzt mal. Ich fahre den Wagen mal hier ran. So, und dann ist er schon dran. Sie sehen jetzt auch schon den Unterschied. Ja, ist schon fest. Also ich brauche nicht mal festhalten. Kuppeln wirklich sehr, sehr leicht, was auch bei Rangierfahrten hochinteressant ist. Ja, und dann habe ich gesehen, dass jeder Abstand also wirklich sehr, sehr gering ist. Und da habe ich mir gedacht, das musste mal messen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe also aus dem Metallurgiebereich, des Bereich des Drehens und Fräsens, gab es sogenannte Spione-Spaltmaße, wo man also mal gucken kann, wie viel Luft ist denn dazwischen. Es ist also ein guter Millimeter nur noch Luft. Also ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, möchte ich jetzt mal sagen. Ich fahre es gerne noch mal im Bild. Sie sehen also, der Zugverband sieht kurzgekuppelt viel, viel schöner aus. Ich sage Ihnen noch mal die Artikelnummer 46 042. Acht Kupplungen sind drin, ausreichend für vier Wagen. Getestet habe ich das Ganze auf einer, auf meiner Anlage. Ich bin also auch über schwierige Weichenstraßen gefahren, enge Kurven gefahren. Die Wagen haben wirklich gut zusammengehalten. Und ich zeige Ihnen das auch noch mal jetzt im Kurvenbereich. Hier von der erste Wagen, der jetzt kommt, mit der Kulissen geführten Kupplungsaufnahme für die Kurzkupplung. Die Wagen berühren sich auch an den Wagenenden nicht. Das ist also wirklich wunderbar gelöst. So muss es also sein. Man kann also die Wagen auch in engen Kurven sehr sicher damit durchfahren. So, jetzt haben Sie sicherlich schon spitz gehört. Was? Ich habe das auf meiner Anlage getestet. Okay, ich oute mich mal an dieser Stelle. Ich bin ja oft gefragt worden auf Messen und Ausstellungen. Hast du denn eigentlich selber eine Modellbahn? Ich habe mich da mal ein bisschen rumgedrückt. Okay, ich habe eine und ich bin auch TT-Bahner. Also, nun ist es raus. Nun wissen Sie also Bescheid. Ja, Zugverband habe ich Ihnen gezeigt. Ich zeige es gerne noch mal im Bild, welche Abstände zwischen der alten Kupplung und der Kurzkupplung. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen perfekt zu machen, hänge ich ans Zugende noch einen zünftigen Dampflok, nämlich die 6510 von Gützelt. So, und das ist ja auch immer so ein Punkt gewesen. So ungefähr sieht der Abstand aus, wenn er mit der Bügelkupplung kuppelt. Und so sieht es aus, wenn er mit der Kurzkupplung kuppelt. So ein Zugverband wollen wir natürlich gerne auf der Anlage sehen. Prima Angelegenheit. Die Kupplungen sind sehr leicht zu kuppeln, die Wagen miteinander und lassen sie auch sehr leicht entkuppeln. Also hat Pico hier ein wunderschönes, nettes Tool für uns TT-Bahner herausgebracht. Die Kurzkupplung von Pico finde ich also wirklich gut, sicher. Und ja, Sie sehen es ja auch hier ein Bild. Vielleicht finden Sie es ja auch so. Gut, ich sage Ihnen noch mal die Artikelnummer 46042. Acht Kupplungen sind in Tütchen zum Preis von 10,99 Euro. Das heißt also, vier Wagen können damit locker ausgerüstet werden. Das war es eigentlich schon für heute. Meine Kurzvorstellung der TT-Kurzkupplung passt also prima zusammen. Aber keine Bange, Sie liebe Herr Nullbahner, auch für Sie habe ich noch ein kleines Schmankerl am Sendungsende. Das Thema Kupplung ist generell ein Thema für uns. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich suche für Sie zu Hause alles zum Thema Kuppeln und Kupplungen, was wir so im Angebot haben, nochmal raus. Die Links zu den Produkten finden Sie hier unten bei YouTube oder auf unserem Newsletter. Und wenn Sie den noch nicht haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, bestellen Sie einfach den kostenlosen Newsletter. Da sitzen Sie immer mit den Infos in der ersten Reihe und finden natürlich dann auch diese Links, die wir zu den Sendungen entsprechend mit vorbereiten. Das war es für heute in aller Kürze zum Thema Kurzkuppeln und TT. Ich finde, es sind sehr gelungene Kurzkupplungen, sehen gut aus, sind sicher, halten den Zug auch zusammen. Herz, was willst du mehr? In dem Sinne, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern, bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.